Hallo, mein Name ist Eva Schulz und ich sitze hier mit dem Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck. Und wir wollen darüber sprechen, wie man Klimaschutzpolitik in Zeiten von multiplen Krisen machen kann. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Sie sind schon öfter auf der Sicherheitskonferenz gewesen, aber dieses Jahr zum ersten Mal als Redner da. Ich habe mir das gestern angeguckt, da saßen Sie auf einem Panel und für mich war ein sehr bewegender Moment, als der pakistanische Außenminister sich gemeldet hat, um Ihnen eine Frage zu stellen. Er hat gesagt, im letzten Jahr stand ein Drittel meines Landes unter Wasser und unter anderen Umständen hätte die ganze Welt da hingeschaut und das als die Klimakatastrophe schlechthin gesehen. Aber alle haben in die Ukraine geschaut. Und er wollte von Ihnen wissen, wie schaffen wir es jetzt, den Fokus wieder auf Klima und Klimaschutzpolitik zu legen. Und Sie hatten gestern keine Gelegenheit, darauf zu antworten. Jetzt würde mich diese Antwort aber noch sehr interessieren. Naja, man muss ehrlicherweise sagen, dass die öffentliche Wahrnehmung ganz stark durch Krisen, Katastrophen, Unglücke, jetzt das Erdbeben der Türkei, aber Überschwemmungen beeinflusst wird. Wahrscheinlich sind wir Menschen so, dass wir dann immer erst hingucken, wenn was passiert und uns dann auch gewöhnen. Das sieht man auch jetzt mit der Ukraine. Es ist eine große Herausforderung, nicht abzustumpfen und das Bewusstsein hochzuhalten. Und bei der Klimakrise ist es im Grunde so, dass die Dauer des Vorgangs, es geht ja über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, nicht dazu einlädt, in diesen Mechanismen, mit denen Politik und Öffentlichkeit arbeitet, irgendwie klar zu kommen. Ein punktuelles Ereignis, alle sind empört, dann lösen wir es und dann machen wir was anderes. Wir müssen dauerhaft prinzipiell arbeiten. Insofern hat der Kollege aus Pakistan genau den richtigen Punkt angesprochen. Und meine Antwort ist, wir müssen das überwinden, in diesen Katastrophenszenarien zu denken. Die werden, können, ganz schlimm werden, durch die globale Erderwärmung, Wassermangel, Auseinandersetzung, Umnahrung, Vertreibung, Flucht und so weiter. Also man kann sich da ganz schlimme Bilder ausmalen. Aber am Ende werden wir eine dauerhafte Motivation über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte nur hochhalten, wenn man etwas Positives erzählt. Wenn man eine Art ökologischen Patriotismus entwickelt, also die Erde zu schützen, die Menschheit zu schützen und sich darüber dann Erfolgsgeschichten erzählt. Und das, glaube ich, ist der schwere, aber richtige Weg, die Veränderung hinzubekommen. Im vergangenen Jahr ist das noch nicht so wirklich gelungen. Da mussten Sie viele Werte, für die Sie in Ihrer Partei eigentlich stehen, hinten anstellen. Sie mussten, Sie haben Waffendieferungen befürwortet auf einmal. Sie haben fossile Energien von autoritären Systemen eingekauft. Sie haben die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert. Sie haben Lützerad abpacken lassen. Sind Sie trotzdem der Politiker, der Sie im Wahlkampf versprochen haben, zu sein? Ich würde gerne zu den Waffenlieferungen einen Satz sagen, weil das jedenfalls für mich kein Problem in dem Sinne war, dass ich meine Prinzipien verraten hätte. Das ist ein Problem, weil Waffen töten. Und insofern sind die Entscheidungen immer schwierig. Aber mir hat nie wirklich eingeleuchtet und tut es jetzt noch viel weniger, dass man sagt, wir liefern keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete, weil das nicht mehr unterscheidet zwischen Angreifer und Opfer. Man muss diejenigen, die bedroht werden, sofern sie Demokratien sind, rechtsstaatliche Staaten sind, wie die Ukraine unterstützen, finde ich. Deswegen war, ich war ja schon vor dem Kriegsausbruch der Meinung, dass wir nicht nur sagen können, die Ukraine steht für unsere Freiheit und Europa und so weiter, aber dann lassen wir sie alleine. Also das war nicht der Punkt. Ansonsten haben Sie recht, es gab sehr viele Entscheidungen, die aus der Not des Tages heraus geboren wurden, um die soziale und energiepolitische Krise nicht tief eingreifen zu lassen, sich zu verschärfen lassen. Und da habe ich auch viele Entscheidungen getroffen, die nicht verabredet waren, für die ich nicht Wahlkampf gemacht habe. Das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass man daraus lernen kann, denn wir haben diese Krise abgewehrt. Wir haben als Land, wenn ich so reden darf, gezeigt, wie viel Energie wir sparen können, wie bereit wir sind, schwierige Situationen auszuhalten. Auch die Solidarität zur Ukraine, bis auf wenige verirrte intellektuelle Ausreißer, würde ich sagen, steht. Und wenn man das übersetzt jetzt auf die nächsten Herausforderungen und sagen, mit der gleichen Entschlossenheit, mit der gleichen Solidarität lösen wir jetzt die Klimakrise. Also wenn es möglich ist, LNG-Terminals zu bauen, dann wird es ja wohl auch möglich sein, Stromtrassen und Windkraftanlagen zu bauen. Und wenn es möglich ist, 17 Prozent Erdgas im letzten Jahr zu sparen, dann wird es ja wohl möglich sein, sagen wir mal, 10 Prozent Energie insgesamt zu sparen und halten das hoch. Dann wird es gelingen. Und wenn ich dazu beitragen kann, das hochzuhalten, die Gesetze so zu schreiben, die Erklärungen zu liefern, dann bin ich der Politiker, der ich mir vorgenommen habe, zu sein in dieser Zeit. Ich finde es interessant, dass Sie so optimistisch sind, weil gerade ja auch öffentlich geworden ist, dass Sie im Streit sind mit dem Finanzminister darüber, ob genau Geld für diese Dinge da ist. Also haben Sie nicht Sorge, dass es nochmal ein Jahr wird von Kompromissen, die Sie ja innerlich zerreißen müssen? Oder stumpft man da auch noch? Nein, Kompromisse zerreißen mich nicht, sondern das ist natürlich schwierig und gemessen an hier sind die 100 Prozent und du hast recht und alle anderen haben Unrecht, sind Kompromisse natürlich immer ein weniger. Aber das Verrückte in der Demokratie ist ja, alle glauben, dass sie recht haben und werden dafür gewählt, ihre Position durchzusetzen. Nur wenn alle 100 Prozent ihre Position durchsetzen, dann kriegen wir halt nie eine Mehrheit. Also man muss sich schon einliegen und deswegen ist die Politik eigentlich die Kunst von Kompromissen, von guten Kompromissen. Da soll man stolz drauf sein und das nicht verdammen. Also es zerreißt mich nicht, sondern ich will dafür arbeiten, dass man möglichst dritte, unbekannte, kreative neue Wege findet und sagt, guck mal, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, wir haben voneinander gelernt und jetzt können wir uns darauf einlassen. Und was die Frage ist, wie der Bundeshaushalt 2024, darum geht es ja, aussieht, würde ich sagen, sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Schuldenbremse, wir sind ja aufgefordert worden, alle Ministerien Geld einzusparen und das permanente Festlegen, was man alles mehr ausgeben will, ohne dass man ein Gesamtkonzept gemacht hat und nicht zusammenpasst. Nun wissen alle, dass wir da achtsam sind und jetzt machen wir wieder unsere Arbeit. Wie anders sähe Ihre Klimapolitik aus, wenn Sie nicht Kompromisse mit Herrn Lindner oder anderen Parteien machen müssen, sondern mit Wissenschaftlern, mit Klimaforschenden? Naja, ich würde denken, die einfachste Form Klimapolitik zu machen ist, nicht unbedingt Geld auszugeben, sondern die Märkte so zu designen, wenn ich so reden darf, dass es insgesamt lohnt, Klimaschutz zu betreiben. Und gut, ich will jetzt da kein Öl ins Feuer werfen oder das Feuer anheizen, aber wenn man Verkehrspolitik oder Verkehre auch als ein System begreift, dann wäre das die einfachste Form dafür zu sorgen, dass effizient gefahren wird und das wäre dann ein Tempolimit. Das kostet halt gar nichts, kann man machen und bringt offensichtlich mehr CO2-Einsparung, als man bisher gedacht hat. Ist nicht durchsetzbar an dieser Koalition, nehme ich zur Kenntnis, will ich nicht darauf rumreiten, aber so sehe sie aus. Ich würde das Einfache, was nichts kostet und was uns jetzt nichts Unzumutbares aufbürdet, entschlossener durchführen. Lass uns nochmal rauszoomen von der deutschen Innenpolitik in das Schema, wo wir hier sind, wo es ja sehr viel um Außenpolitik geht, um internationale Zusammenarbeit. Da haben Sie gestern versucht, deutlich zu machen, dass Klimapolitik eben auch Sicherheitspolitik ist. Was meinen Sie damit? Nun, das meine ich in zweierlei Hinsicht und ich glaube, es ist offensichtlich einmal ganz direkt globale Erderwärmung, Anstieg auf 2 Grad oder drüber hinaus. Das muss man sich klar machen, dass dieser Temperaturanstieg, also nicht über 2, 1,5 ist das Ziel, Paris-Abkommen, versucht einen Kipppunkt zu berechnen, wonach nicht dann 2,1 Grad Temperaturanstieg kommen, sondern möglicherweise 2,5 oder 3 und irgendwann ist es nicht mehr händelbar. Dann haben wir eine wirklich ganz andere Welt und das ist keine Welt der Klimakrise, denn das Klima, ehrlicherweise, das sagen wir immer, aber das Klima hat natürlich gar keine Krise, es ist eine Bedrohung für die Menschen und ich würde sagen, für die Menschheit. Es wird Ausfall von Wasserreservoirs geben, es wird Dürren geben, es wird Überstürmungen geben, Menschen werden ihre Heimat verlassen, werden gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen und das führt in unmittelbare Konfliktsituationen. Das kann man jetzt schon beobachten und das wird stärker werden. Insofern ist Klimaschutz, Menschheitsschutz und damit Sicherheitspolitik. Und das Zweite ist eine indirekte Ableitung, wenn wir die Welt jetzt klimaneutral hinbekommen, dann müssen wir uns von den fossilen Energien verabschieden, logischerweise, davon handelt alles. Die fossilen Energien haben aber eine politische Machtstruktur aufgebaut, die sind nicht neutral. Wer die besitzt, hat großen Einfluss, dieser Einfluss ist ungleich verteilt. Wenn erneuerbare Energien oder andere Produktionsformen die Wirtschaft strukturieren, wird es zu anderen Interessenssphären und der Auseinandersetzung darum kommen. Auch das sieht man jetzt. Wirtschaftspolitik ist ebenfalls komplett im Herzen der Sicherheitskonferenz hier. Und diese Machtverschiebung innerhalb der globalen Weltordnung, die ist ebenfalls sicherheitsrelevant. Also direkt und indirekt hat das unmittelbar eine Konsequenz auf das Verständnis von globaler Sicherheit. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, das ist jetzt so im Herzen der Sicherheitskonferenz, weil ich hatte gestern den Eindruck, der Saal war deutlich leerer. Klima zieht hier nicht so. Und Sie haben gesagt, es sind die reichen Staaten, die es etwas kosten wird, diese grüne Transformation. Was ist denn jetzt hier Ihr Eindruck? Sind die wirklich bereit, diese Kosten mitzutragen? Oder stoßen sie da noch eher auf Wände, auf geschlossene Ohren? Also es ist erstmal so, wie Sie das bei dem pakistanischen Außenminister schon gefragt haben. Wir hatten diesen Punkt quasi, alle wissen das, alle sagen das, wenn man mit den Staats- und Regierungschefs redet, wenn man mit den Businessleuten redet, alle sagen, das ist neben dem Krieg in der Ukraine das große Thema unserer Zeit. Aber Sie sagen das schon sehr lange, es dauert sehr lange, es zu beherrschen. Deswegen ist diese Aufmerksamkeit, da ist eine Krise und jetzt lernen wir, wie wir sie lösen und dann machen wir das und dann ist vorbei, das ist schwer hinzubekommen. Also das ist einfach eine strukturelle Herausforderung, die Motivation hochzuhalten, das ist einfach zuzugeben und die westliche Welt oder die nordwestliche Hemisphäre gibt nicht genug Geld. Also Sie haben den Punkt angesprochen, das Versprechen ist, 100 Milliarden in einen Transformationsfonds zu geben, um die Länder, die, wenn sie jetzt früher aus Kohlekraft aussteigen, mehr investieren müssen, das nicht auf die Verbraucherpreise abzuwälzen, um die Verluste, die durch globale Erderwärmung jetzt schon passieren, auszugleichen, das Geld ist nicht zusammengekommen. Das heißt, und das ist ein schwerer Vertrauensverlust, weil die Länder des globalen Südens ja im Wesentlichen darunter leiden, dass der globale Norden so rumgearst hat mit seiner fossilen Energie. Und wenn wir nicht unser Wort halten, wir die, wie es könnten, wie wollen wir von denen verlangen, dass sie ihr Wort halten? Aber das heißt, alle sagen, ja wir wissen es, aber sie handeln nicht danach. Alle ist so ein bisschen grob, Europa liefert und viel wird auch gehandelt, aber es reicht nicht. Es ist nicht entschieden genug, es ist nicht schnell genug und es ist nicht radikal genug. Und liegt das daran, dass es eben doch nicht ernst genug genommen wird? Oder liegt es daran, dass die einzelnen Regierungen zum Beispiel Angst haben davor, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihren Ländern rebellieren könnten, wenn es wirklich zu Einschränkungen kommt? Ich glaube, das dritte Mal, das abstrakte Wissen ist ausgeprägt. Also nur noch Ignoranten leugnen, welche Verwerfungen auf die Welt zukommen würden, wenn wir es nicht schaffen, die globale Erderwärmung einzudämmen. Und die meisten Regierungen sind nicht Ignoranten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber nein, das Wissen ist verbreitet. Aber die Abwägung der Güter lässt den Klimaschutz häufig immer hinten anwandern. Da gehören auch die sozialen Fragen dazu. Ich habe das schon gesagt, wenn man eine bestehende Energieform, die aber fossil ist, Kohlekraftwerke schnell abschalten will, dann muss man in eine neue investieren. Das führt in der Regel zu höheren Kosten in den ärmeren Ländern. Die erneuerbaren Energien sind günstiger als neue Kraftwerke, aber die abgeschriebenen alten Röhren, die das größte Problem darstellen, die produzieren natürlich auch sehr günstig Energie. Und insofern gibt es immer diese Güterabwägung. Aber das ist eine Erklärung. Keine Ausreden können uns keine Ausreden mehr leisten an der Stelle. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist auch bekannt für die Hinterzimmer, in denen man sich treffen kann für bilaterale Gespräche abseits des Protokolls. Hier in der Stadt demonstrieren aber auch tausende Leute, weil sie sagen, das ist eine intransparente Politik. Das sollte nicht abseits von Öffentlichkeit passieren. Und sie gelten ja auch als jemand, der sehr um Transparenz bemüht ist. Wo braucht Politik vielleicht trotzdem manchmal Intransparenz oder wie viel davon? Nein, ich würde das nicht vergleichen. Ich glaube, Politik muss sehr transparent erklären, was die Abwägungsgründe sind, warum Entscheidungen so getroffen werden, was die Kompromisse sind, was die Alternativen sind und warum wir sie nicht gehen. Also ich mache mal ein Beispiel. In allen Gesetzen, auch die, die ich schreibe, steht immer, man muss immer begründen, warum man es macht. Die Kosten und den Bürokratieaufwand, dann steht auch Alternativen. Und es ist sozusagen Standard, was man reinschreibt, keine. Aber es ist natürlich absurd, weil natürlich immer eigentlich eine Alternative da ist. Das Gesetz könnte anders gemacht werden, auch kein Gesetz. Man könnte es über andere Systeme hinbekommen. Also das meine ich mit Transparenz. Wenn man verstehen will, wie dieses komplexe System Politik funktioniert, dann muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und versuchen, das zu erklären. Dass man in einem vertrauten Raum auch mal redet. Dass man mit Kollegen, ich hatte heute Gespräche, um es mal zu sagen, Deutschland hat sich in Windeseile von russischem Gas, Kohle und Öl unabhängig gemacht. Ich hatte heute Gespräche mit Staats- und Regierungschefs, die Atomenergie noch haben. Und ich habe sie gefragt, habt ihr noch Uran aus Russland? Die haben ja alle gesagt, ja, haben wir. Und ich habe gesagt, okay, und wie lange noch? Und die Antwort möchte ich Ihnen ersparen. Das ist aber relevant, weil wir die nächsten Fragen, ob wir Sanktionen machen würden, dass die Frage, ob Uran aus Russland kommt, mit berühren müssen. Ich finde, wenn wir es geschafft haben, diese hohen Abhängigkeiten zu beenden, müssen das die anderen auch machen. Aber es ist natürlich auch gut, dass man erst mal vertraut miteinander redet und versucht auszuloten, welche Zeiträume sie brauchen, wie das eigene Verständnis ist. Und das kann man nicht alles auf offener Bühne machen. Es braucht einen vertrauten Raum und eine transparente Erklärung, was hier eigentlich passiert. Okay, Herr Habeck, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Jetzt hat er was. Danke. Danke.